Hey, hallo! Geht es Ihnen gut? Digitalisierung, sich verändernde Märkte, abnehmende Umsätze bereiten Ihnen Kopfschmerzen? Von Zeit zu Zeit fühlt es sich an, als würden Sie einen Abhang herunterschlittern? Stopp, 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 stopp. So muss es nicht sein. Wir hören zu und sehen Ihre Situation als Herausforderung und Chance zur Veränderung. Gemeinsam finden wir Lösungen und gehen den Weg der Umsetzung zusammen. Rufen Sie uns an und probieren Sie unsere fertigen Konzepte, freien Ressourcen und individuelle Angebote für Ihr Unternehmen. Wir freuen uns auf Sie!